Wir Müllviertel haben ein Leben lang geräckert. Und ich würde mir wünschen, dass unsere Gemeinden vom Land ähnlich eine faire Finanzierung werden. Und dass es mir gut geht. Und damit es euch auch gut geht. Lasst uns arbeiten und unser Land reparieren. Eure Stimmen für die einzige Sozialpartei ist unser Auftrag für Verbesserung statt Veränderung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017